Das ist jetzt peinlich. Das ist jetzt richtig peinlich. Wollen wir jetzt auch mal sich angeschinnen? Schwesterherz, tut mir sehr leid. Hey Leute, hier ist euer Ben Zucker und ich spiele jetzt mit euch Songtextelaten. Auf, ich wünsche Lara Toll. Viel Spaß. Mit der Gitarre habe ich ihr erzählt von meinem Leben. Auf einmal rief sie. Es ist höchste Zeit. Das ist Jürgen Dreefs Ein Bett im Kornfeld. Zwischen uns nur Millimeter. Ich habe keine Wahl. Ich folge deinem Signal. Oh. Signal. Er ist natürlich die wunderbare und größte Helene Fischer natürlich. Odi- Jun Zevisi und Roter Wein, wir sind gut drauf. Das muss so sein. Odi, Odi. Es gibt natürlich zwei Personen. Einmal von Gavalié, aber das ist nicht die Version, sondern das ist die Version von meinem lieben Freund und seiner Gang, Club 3. Und irgendwo ist irgendwie ganz nah. Und irgendwo ist irgendwie ganz nah. Und irgendwo ist irgendwie ganz nah. Das ist eine schlaue Zeile, könnte von Roland Kaiser sein. Und irgendwo ist irgendwie ganz nah. Denn es ist der Moment, in dem wir lieben. Oh Mann, ey, der macht mich platt, wenn der das jetzt sieht. Käris, tut mir leid. Aber sehr stark ist auch sehr stark gemacht. Ich komme alleine mit mir klar und freue mich auf eine neue Zeit. Das ist nur eine Textseite von mir. Ich weine nicht um dich. Du bist alles, was ich will. Der schönste Song, den ich hier singe. Oh Baby, oh Baby. Ah, Rahman, tut mir leid. Nessen Müller, kenn ich natürlich auch. Sternekoch, ne? Normalerweise. Nessen hab ich auch schon mal auf Schalke im Stadion Weihnachtsseele gesungen. Sehr netter Kerl. Aber Rahman, tut mir leid. Ich weiß, ich weiß, aber ein Video mit einem Porsche hab ich gesehen. Irgendwas war da. Das ist ziemlich frisch noch, ja. Die Stadt ist laut und trotzdem charmant. Und doch trotzdem charmant. Es gibt so vieles da draußen. Was will ich sehen? What? Die Stadt ist laut und doch trotzdem charmant. Es gibt so vieles da draußen. Das will ich doch, das wird doch, das kann man, das schreit man auch so nicht. Warte mal. Es gibt so vieles da draußen. Oh nein. Meine Schwester. Scheiße. Kommst du nicht will. Das ist jetzt peinlich. Das ist jetzt richtig peinlich. Muss man jetzt auch mal, das ist jetzt auch mal, sich eingeschickt. Schwesterherz, tut mir sehr leid. Okay. Danke fürs Zuschauen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie viele Songs ihr geraten habt. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis dahin, euer Ben.